was immer system am 9 moment moment die kaputt nicht kaputt so neue tröntchen morgen dem er es dämmert mir am morgen morgen freeman das die erst mal die befehle wenn ich richtig reingekommen panzer was den habe ich nicht getroffen weil ich glaube ich aber nicht aus naja streng aus ja gut keine ahnung gehabt ja nicht einmal getroffen und der meine bin ich habe den getroffen aber gut bist du jetzt in auf der brücke da wünsche ich dir viel spaß da kommt ein panzer hoch er kommt nur noch ein zweiter panzer hoch wünsche mir auch schon mal viel spaß ja man kann auch hier oben bleiben weil unten ist der absolute den habe ich hab den da war aber noch einer nach der scheiße holen kind 3 36 die granate ist hinter der wand gut die wand ist jetzt weg gut dass ich da weg gegangen bin und irgendwie hier schnell die munition kann uns gerade nicht zurückkommen hoch gehen wir eigentlich nicht hier nicht hoch sein auch weil er da nun zu hoch klettert gesundheit 11 sie ist hier schon das ist schon der einsatzpunkt sie naja der brücke was mache ich denn ich bin hier blind rum die letzten schüsse die haben aber gesessen schüsse letzten einschüsse hinter hinter uns andere seite ist der bitte da sind wir tot als kill immer noch mal oh ja doch die finden schon mal hin zu verteidigt jetzt für eine waffe eigentlich drin 86 schlagen einfach wie sie immer wieder bei dir im panzer drin warte mal ich muss gerade umstellen muss die stick belegung wieder anders machen ich muss jetzt doch hier mit wenn man hier die karte auch vergrößern näher tätig also mit der touch vertasten nicht da machst du irgendetwas anderes mit habe ich genau genial meine ich nicht genau fahrzeug und den jener der fußsoldaten der bastard da vorne zwei fahrzeuge bin ich dumm der jeep hier das ist ein idiot gott er fährt ja immer noch mit seinem scheißwagen und weg da links neben uns sind welche da oben das gesehen voll flach auf einmal fast weg hat gedrückt naja das auto hier ja und war über ich hätte ja nicht überheißen geht und nicht kaputt naja da ist denn wenn ich mich drehen könnte sie nicht raus raus die machen ist fertig in der ecke da absolut wie viel kommen denn hier alle alles ach du scheiße jetzt sind die ja schon an der seite viel spaß wünsche ich dir gar keine chance ich habe zumindest den panzer getroffen aber ich hätte ich noch vier mal treffen müssen damit ich ihn getötet hätte gzs hat heißt kann ich ihn auch verfügbar mit dir drinnen kein panzer hast du in der gas das ist ja kein gas nur ein kurbel wo ich gebraucht anzahlen vor vor der brücke ja ich war mal hier lang mal zu dir und wir an ja okay arschloch so war mal ja ich steig mal ja aus habe ihn hat man hier noch mal von der evolution ich weiß ich nicht wieso nicht ob das in allen level tatsächlich vorkamen und das wird hier für eine komische piste ja schon selbst bist du bescheuert hat ja ein glück gottes für ein abcc oder zu ahnen hier außenrum oder außenrum er kommt mit laufend hinterher ich weiß nicht du bist doch schon fast da ja ich hätte suchen wenn wir so rein und zwar schrauber fliegt tief aber ich erinnere mich daran erinnere mich auch an diesen einsatzpunkt hier so langsam kommen kommt die erinnerung wieder wie der sucht so ausgelöscht hat den tod fahrzeug und sich geschafft dass du ich habe es erst mal geschafft bis zwei frage ist nur wie lange geil kommt genau hier lang gefahren na toll sehr geil dass du hier genau auf der straße liegen hast ja weil ich dachte da rechnen sie nicht mit dass man sich da verkriecht gucken natürlich als erstes im haus wir haben wir haben den punkt erstmal übernimmt den punkt ist erst mal das wichtigste gekaschelt jetzt haben wir unser fahrzeug ja genau hier an der seite kann der die seite hier fahrzeug ist ein panzer so spielen wir hier nicht ach du scheiße oh hier sind ja zwei panzer na viel spaß da ist ja noch ein panzer noch lebig gegen das segel ich lebe also bei a spornig schon mal nicht eben brauchst du jetzt nicht mehr spornig ist ja nicht unser team hält sie wahrscheinlich auch wieder an irgendwelchen anderen punkten auf wir haben sie mal einen eingenommen jetzt und cd und e hören so er uns ich würde jetzt mal zu b gehen zu b jetzt bin ich gleich im rücken das war dann schon mal bei dir ich weiß nicht wo b ist das gibt es einfach mal aus das war dann gleich mal die schenke ich bin ich dann noch die scheiße hier das ist ja auch kein wer ist ja ja da kommen wir ja ja tot hinter dir vor dir meine natürlich schon sorry mich aber auch du mann gestellte war da oben du dumme potze aber ich habe ihn noch eingenommen den punkt gut jetzt brauche ich da gleich bei dem punkt macht mir jetzt kommt hier panzer lang gefahren war ja ja da ist er kommt direkt vor mir lang und er hat mich auch schon gesehen können in irgendein haus er war hier auch hier sehen sie gut aus reise sind jetzt hier eine mega waffe nehmen sie dir auf nun nimmt die scheiße aus wo ist denn der scheiß panzer jetzt hin schieß ist jetzt diese waffe hin die wir eben noch hatte mit meiner waffe auf die muss dann irgendwo liegen die rakete der war stark der war stark ja aber ich gehe jetzt nicht wegen der rakete dahin der fährt weg der panzer der ist jetzt um die ecke gefahren erst mal zumindest es wollen bei dir bin bei dir ist ja nicht ob dieser raketenwerfer hier noch liegt so verschwunden dann wenn ich sterbe das mutige nicht mal dumme sau jetzt fährt er einfach weiter da ist ja noch ein panzer ja genau in dem moment wo ich sage krass ich will weg hier man die zu a jetzt sind der ziel gzs gegner roberts da mensch in dem moment habe ich mich natürlich zur wand gedreht naja naja noch ist nicht schon nein wo ist bonik denn was macht er denn hier es ist nicht sein ernst mann in spitze ohne nur mit idioten zusammen jetzt brauche ich jetzt bei scheiße hier ist richtig scheiße auch dort was war denn das naja bin ich bescheuert warum ziemlich denn nicht um ziehe ich dann daneben er macht alle fertig oder was krass langsam verliegte die hoffnung dass wir noch drehen tun wir nicht bei dem scheiß text das auto explodiert ihr lebt trotzdem noch gott der nächste nach die hat 2800 punkte selbst wir haben nur ein bisschen mehr als 4.000 du hast 4000 mann warte gab 5000 man sagt ja schon gar nicht jetzt bw wenn sie ist die brücke kaputt ist es vielleicht hier sind die der politischen ding wir machen uns jetzt hier in punkt nach dem anderen war jetzt die nehmen sie ja gleich wieder ein wir haben viel mehr panzer als wir unsere jungs ich weiß ja nicht was unsere jungs machen jungs und mädels wahrscheinlich nicht so viel mit dem komischen no scope versuchte ich weiß es ist die aufmerksamkeit auf den punkt wieder zurückgenommen und tot er hat mich ja das ist ja wenn wir keine punkte erhalten haben wir in der panzer gesagt soviel scheint unser team ja auch nicht zu machen also eigentlich machen die jahre wir uns oder vorn kommt ein panzer video nach der scheiße gott ist wenn ich gar nicht gesehen der kam auch genau in dem moment um die ecke gefahren als du runtergesprungen bist diese gzs-z-typen sind aber auch nur die warten auch nur in dem panzer darauf dass jemand vor der flinte läuft die machen auch nicht mehr als nötig ich habe mit feindlichen scharfschützen östlich deiner position gesichtet der wirklich noch hier gespawnt da ist ja auch da sind drei leute tatsächlich die sich da verstecken sniper gras das sind wir jetzt und wie kommt ein panzer jetzt lang gefahren wir haben gerade die kontrolle über einsatz ziel ecke übernommen das und in dem haus drin schon auch auch Oh, I have to do. Ich habe Sichtkontakt zu einem Felsen, Schnellküche, fühlt sich deiner aktuellen Positionen. Der hat dritten Läufer. Mensch, blöber. Was ist, wieder der Jute? Ja, ja. Mehrere Feinde. Da ist ein Panzer. Du Scheiße. Boah, da sind schon wieder zwei Panzer von dem. Das ist übertrieben. Scheiße. Wir können doch noch einfach raus sein. Triffst du aber auch nicht, ey. Anscheinend ist wirklich deiner Position ein feindlicher Schauschütze. Boah, da kommen zwei Reihen in die Einfahrt, in die Garage. Tiefgarage und sie kommen jetzt. Da draußen. Oh, so. Warte mal. Ach. Der wollte mich wieder verfolgen, das Arschloch. Einen habe ich. Und derselbe Sniper. Na geil. Der ist auch tot. Sehr gut. Immerhin. Gehen wir uns. 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 Oder was ist das? Gehen wir uns in den Keller? Ja, unten. Was ist denn? Was ist denn? Hierbei glaube ich noch nie unten. Oh, nicht. Das ist okay. Hier geht es dann auch wieder raus. Natürlich ist der Raketenwerfer. Aber dann gehen wir auch noch mal hin. Jetzt nicht. Ich habe einen feindlichen Schauschützen. Zuglich deiner Position gesichtet. Oh, da drüben sind sie noch. Oh, die Granate. Weg. Oh, ein Glück. Schönes Leben gerettet. Genau. Ja, gut. Mit einem ordentlichen Team macht es natürlich wesentlich mehr. Der Team, krass. Aber ging trotzdem noch einigermaßen so, dass wir das so abgekackt haben. Ape Cake. Ape Cake. Also das Team. Meh. Aber positiv. Erster und Zweiter im Loser Team. Na ja. Vor allen Dingen, guck mal wie wenig Punkte der dritte da hat, der nach dir kommt. Wie kann man denn so wenig Punkte haben? 3000 Punkte? Wahnsinn. Naja. So, zwei Brei. Scheiss. Moore. Das sind ein neues, alles vorλοge Maurice, Vielen Dank.